Weiter mit Recycling Simulator. Nee, hier ist hier Action und... Ja, das wird zu langsam, das wird zu langsam. Ich muss meine scheiß Touren ja immer selbst fahren. So eine Kacke, jetzt muss ich auch erst mal gucken, wo ich bin. Ich muss wieder ganz nach unten hinfahren. Also ich muss jetzt rechts fahren. Ich habe hier dieses Spiegel verkehrt. Da muss man einen kleinen Gehirn anstrengen. So, ist alles leer. Ja, gut, ich habe mein Spiel schon auch gerettet. Das ist das Schöne da dran. So, nochmal gucken. Ja, was ist sich da? Ich bin jetzt da. Ich muss geradeaus. Was ist da los? Geradeaus. Und dann muss ich links. Hier muss ich schon links? Halt. Oh, was ist denn da los? Jetzt muss ich links. Verkehrs... Äh, eine Einbahnstraße, wenn ich da jetzt kein... Oh. Ach, scheiß drauf. Ich muss nach Hause kommen. Fliegen. So... 8, 200, ja wie wieder... Drei Mülltonne umsonst auch geleert, ey. Ist auch kacke, ne? Ey, gut, dass ich hier Landfahrt... Hallöchen, Püppelchen, da bist du ja. Könntest du noch eine letzte Woche, ne? Nee, hier auf dem Tennisplatz, ey. Weißt du nicht mehr, sonst gibt es Sachen, da willst du einfach vergessen, obwohl ich so lieb und süß war, du. So. Hä? Was ist das? Ach genau, die Geschichte. Hab keiner gesehen. Gibt wieder am Verkehrslos. Da war die Route ja, glaub ich, fast umsonst. Okay. Sag mal... Sag mal, bin ich bescheuert? Er mal die, die hätten das zu Hause auch ein bisschen vernünftiger hier. Da unten muss ich hin, ne? Jetzt muss ich, äh... Spiegel verkehrt, rechts, muss ich links. Ach, bescheuert. So, fahr raus. Alle überholen hier. Äh, da bin ich... Oh, das ist aber Glück gehabt, Kollege, dass du zurück bist. Nein, ich will... Ich wollte gerade überholen. Werde ich aber jetzt nicht machen. So. Verpiesel dich da. Oh, das gibt's regnend, die Donne. Und ich muss ja gerade ausfahren. Ach, ich kann ja auch hier langfahren. So, da hinten ein bisschen Müll, die Poli, da will ich mal hinfahren. Da haben wir 34% Müll, haben wir nämlich drin, ne? Und so langsam muss ich auch irgendwann mal was machen, ne? So, seht zu. Es werde grün. Bitte, bitte, es werde grün. Da ist es grün. Siehst du, meine Wünsche werden erhört. Tennisplätze haben die ja genug in so einer kleinen Stadt, ne? So. Ne, das ist mein Zuhause, da will ich ja gar nicht hin. Ich will ja die ganzen Leute hier, ich will ja den Müll direkt wegbringen, ne? Jippie. So. Kacken muss ich auch. Interessiert keine Sau, aber nützt ja nix. Das ist mein Mülldeponie. Ich will mal die ganzen Bagger und sowas testen hier. Seht mal zu, dass ich hier... Aber ich muss das erstmal kaufen, ne? Oder? Ach, sag mal, haben die Leute das hingeschmissen, da hier vorne? Meine Mitarbeiter? Ah, da wird das voll, ne? Das ist ja mal ein Ding, ey. Ich mach das wenigstens nochmal vernünftig, da, wie es hingehört, ne? Woll abladen. So, da kannst du abladen und wir gucken schon mal eben mal eben die Übersicht an, was wir haben, aktuell Einkommen, Ausgaben. Okay, das ist ja schon mal super, ne? Arbeitergehalt. Hi, hi, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht buchschieben. Hahaha, so eine Karte. So. Reicht hat jetzt? So, Bananenzeug wieder runter machen. Den stelle ich dir mal zur Seite hin. So. Äh, jetzt könnte man gucken, ne? Mülldeponie. Können die kaufen? Ne, die habe ich ja schon gekauft. Ne, ne, ich will ja nicht mehr kaufen. Ich will ja Gebäude kaufen. Da waren wir ja. Ab Biogasanlage, Verbrennungsanlage. Ab Stufe 5. Durch Müllform können sie gleichzeitig Müll loswerden und einige Müllformen erzeugen. Okay. Äh, also eine Stufe brauche ich auf jeden Fall noch, ne? Also muss ich noch ein bisschen hier Müll und so alles, was dazu gehört morgen. Ne. Aber noch kann ich ja außer wegbringen nix machen. Wegbringen kann ich es ja noch nicht. Gehört mir ja noch nicht, ne? Okay, dann kriegen wir das hin. Dann fahren wir nach Hause, da wo du hingehörst, Kollege. Da wollen wir mal sehen, was wir zum nächsten Tag zu tun haben hier, ne? Oh, es ist aber auch eine Hose gehabt, ne? Ich weiß. Aber ich finde die Grafik so schön von Optik her. Das sage ich immer wieder. Das sind verschiedene Häuser und so. Das gefällt mir. Es gibt immer so viele, wo du immer dasselbe hast. Irgendwann dieselben Häuser. Die links müssen wir um Legoland. So, und hier ist mein Zuhause. Halt, Kollege. Fährst du mir rein, fahre ich die irgendwo rein. Wird meine Fos in your faces. Yeah. Ach, die stellen sich immer egal wohin. So, das ist das. Dann haben wir Freitag. So, einfach mal Montag planen, ne? Routenlizenz. Ist alles easy? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Engelstraße, das ist meins. Engelstraße mache ich hier mal. Engelstraße ist meins. Engel... Achso, wir wären ja hier. Das ist ja Mainzer Blumenstraße. Blumenstraße ist meins. Blumenstraße ist meins. Mach ich Montag. Hihi. Routenlizenz. Montag. Ja. Haben wir denn sonst noch was? Lizenz haben wir denn sonst noch so kleine Aufgaben hier? Nee, ne? Grillhain. Ja, wir müssen ja jeden Tag da so ein bisschen was haben, denn dann Grillhain kaufen wir. Ja, wollen wir. Grillhain. Wann haben wir denn hier noch? Das kann ein Kollege auch machen. Okay. Wie viele Autos haben wir? Drei, ne? Route. Montag. Kommen noch zwei dazu. Okay, dann können wir noch ein Lizenz kaufen. Fruchthöhle hier. Ist egal, wir wollen ja sowieso alles haben. Gehen wir alles so danach. So, dann wollen wir mal sehen, dat wir jetzt. So, zwei. Route ist voll. Du hast höchst. Ja, ja, ist mir schon klar. Ich wollte ja nur mal gucken. Ach, Königinstraße ist das. Alles klar. Wo ist Königinstraße? Blumenstraße. Okay. Einmal, ich kann, ah, einmal so, einmal so. Ist ja logisch. Cool, so mache ich das auch. Und, äh, ja, genau, so machen wir das auch. So machen wir das genauso hier auch. Wo ist die Straße nochmal? Zeigt er die an? Ne, schade, dass sie die nie anzeigt, ne? Blumenstraße ist da vorne. Und Königinstraße ist auch hier vorne. Da entlang. Königinstraße hatte ich doch. Ne, genau. Dann war das meins. Dann mache ich immer die ganz kleinen. Wir sind ja hier nur nicht. So machen wir das. Die großen. Okay, so. Jetzt wollen wir mal sehen. Und zwar. Kauf. Große. Was haben wir denn noch hier? Das sind die Neuen. Die haben noch gar nichts hier. What? Ich würde mal eine große machen müssen. Ich sehe ja so schlecht, ey. Okay, habe ich vier Dinger dazu gekauft. Scheint so. Route 13. Route 13 ist eine kleine. Route 16. Okay, zwei. Okay, zwei haben wir. So, Grillhain. Oh, wir sind aber Montag schon dran mit zwei. Ich fahre nicht zwei Rupen. Das kannst du vergessen, Kollege. Du bist ja wohl besoffen, ey. Was ist das? Was steht da? Ich will das nicht so. Ich will das verschieben, du Vollrohrs, ey. So. So. Toll. Jetzt habe ich, wie viele Autos mit solchen großen Fahrzeughallen. Drei kleine, eine große. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es echt nicht sagen, ne. Route. Drüsü. Ja, ist echt fast alles klein, ne. Jetzt habe ich mir natürlich selbst ein Eigentor geschossen, ne. Egal. Ja, ich kaufe Container. Gehen wir nicht auf die Eimer hier, ey. So. Da freuen sie sich. 25 Stück. So. Wir haben jetzt. Eins, zwei. Okay, dann brauchen wir eine große Route. Eins, zwei. Okay. So. Hier. Auch eine große Route. Okay. Und hier. Nicht, dass wir da schon, da haben wir schon eins. Alles klar, da haben wir auch eins. Naja, müsste zwei fahren, ey. Nützt ja nix, ey. Äh. deployment mich bescheuert unter ich nutze aber ich habe ich schon Ja, ist ja gut, ey, aber ich hab doch genug gekauft, blöde. So, ich kaufe hier irgendwie bescheuert, ey. So. Okay, da passt doch nicht mehr an, ey, hab ich so nicht kapiert, wie das geht, ey. Da, Montag eins, zwei, okay. Enge Straße muss auch gemacht werden, das können wir auch da hinschieben, ey. So, jetzt haben wir drei, kleine und einen großen, ne. Okay, das ist für Montag geplant. Keine Ahnung, kriegen wir schon hin. Äh, dann gehen wir mal eben auf, nicht beschleunigen, auf ein neuer Tag beginnen. Samstag, Sonntag, und jetzt haben sie alle geschissen. Und jetzt geht's los, ne. Aber, meine Lieben, das werden wir im nächsten Video machen. Ich sage schon, morgen in diesem Sinne noch, Bändi Renner, bis dann, tschüss.